So, hallo alle miteinander. Heute mal ein Vlog. Ich weiß, normalerweise ist mein Leben nicht so interessant, dass man es vloggen müsste. Allerdings ist heute eine besondere Sache und zwar wurde ich eingeladen zur Eignungsprüfung von der TH Nürnberg. Und deswegen dachte ich mir, weil es da gibt es online zwar ein paar Videos, aber noch kein Video, wie das denn so alles abläuft und sowas. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch einfach mal mit. Und da ich eine Stunde Anfahrt ungefähr, ja anderthalb Stunden Anfahrt nach Nürnberg habe, habe ich mir auch eine Jugendherberge rausgesucht in Nürnberg. Da werde ich dann später nochmal aufnehmen, Equipment und sowas. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Und ich hoffe, dass dieses Video einfach ein bisschen informationsreich für euch wird und euch vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss darüber gibt. Ich werde selber ins kalte Wasser geschmissen, also ich weiß selber noch nicht genau, was auf mich zukommt. Ich habe mich natürlich eingelesen über Precore und sowas. Es gibt so ein paar Prüfungen. Und was da schon dran kam in den letzten Jahren und sowas. Und ich habe natürlich auch ein paar Bekannte gefragt und mich ausgetauscht. Aber ansonsten lasse ich mich vollkommen überraschen. Ich zeige euch später auch noch alles, was ich mitgenommen habe für diese ganze Eignungsprüfung und sowas. Und lese euch mal den Zettel vor, was da drin stand überhaupt. Und ja, genau. Dann hoffe ich, es ist für euch ein lehrreiches Video. Und vielleicht ist was dabei, was euch weiterhilft dann später, wenn ihr selber eingeladen seid oder eingeladen werden wollt. Und vielleicht kann ich euch auch bei Gelegenheit meine Mappe zeigen, die ich abgegeben habe. Genau. Weil ich gerne vorbereitet bin, fahre ich heute schon am Sonntag hin. Also die Prüfung ist Montag, Dienstag. Und ich schaue mir das Ganze vor Ort nochmal an. Ich schaue mir nochmal die Parkplätze an dort, weil die sind nicht sehr gut gestreut. Beziehungsweise man kann dann vier Stunden parken und das ist dann auch recht teuer irgendwie. Und deswegen suche ich jetzt erstmal heute noch ein paar freie Stellen. Ich habe schon auf Google Maps und sowas geschaut. Da ist vielleicht ein cooler Platz, wo man noch gut parken könnte und wo man in der Nähe parken könnte. Genau. Ja, und da schaue ich dann heute schon mal ein bisschen rum. Und schaue mir auch für den zweiten Tag, für den Dienstag ist wohl eine Video-Challenge sozusagen geplant. Oder eine Foto-Challenge, je nachdem, oder Zeichner-Challenge, je nachdem was man sich aussucht oder je nachdem was man talentierter ist, sage ich mal. Und deswegen suche ich da schon Parkplätze, wo man das ganze Equipment vielleicht auch, oder wo man Equipment notfalls haben könnte im Auto dann zum Beispiel inzwischen lagern könnte oder sowas, wenn man denn raus darf. Ich habe jetzt ungefähr schon die Hälfte geschafft von der Autofahrt her und jetzt werde ich nochmal weiterfahren. Ich dachte mir gerade auf der Autofahrt her, ja, vielleicht mache ich noch doch schnell ein Video einfach. Und mir ist die Idee spontan gekommen, also vielleicht wird es ja cool, vielleicht ist es hilfreich für den einen oder anderen. Und genau, in diesem Sinne, bis gleich. So, nachdem ich jetzt bestimmt zwei, drei Mal eigentlich schon bei der TH Nürnberg gewesen bin, habe ich mittlerweile auch echt den richtigen Parkplatz gefunden. Der ist mir nämlich bisher nie so wirklich aufgefallen. Direkt vor der TH Nürnberg ist natürlich ein Parkplatz. Und es soll aber auch eine Tiefgarage geben da hinten. Aber hier kommt man auch rein, wenn man ein bisschen geradeaus weiterfährt. Genau, dann kann man hier so einbiegen. Ist auch ganz cool. Nur für Studierende der Hochschule Nürnberg auf eigene Gefahr. Ja. So, also nochmal zusammenfassend. Es gibt wohl genügend Parkplätze. Ich bin bloß immer von der falschen Seite gekommen und deswegen sind mir die nie so wirklich aufgefallen. Auch die Kosten günstig sind, oder kostenunpflichtig sozusagen, also kostenlos sozusagen. Genau. Und zwar sind die direkt von der TH Nürnberg. Und die sind direkt nebendran. Also, hey. Sind mir ehrlich gesagt bisher nie aufgefallen. Und ich versuche jetzt nochmal so zu fahren, dass ihr die auch komplett seht. Dass ihr da am Anfang keine Probleme habt, falls ihr das erste Mal dort sein solltet. Genau. Und ihr müsst eigentlich bloß ein bisschen anders fahren. Nicht so wie es Navi euch nutzt. Und die Schule, die WG hinten für Design ist sowieso ein bisschen uneinsichtig, sage ich mal. Also bei der TH Nürnberg sind die Parkplätze übrigens für die Studierenden. Also je nachdem, wie illegal oder legal man parken möchte. Es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, hier den anderen Parkplatz zu nutzen. Da habe ich gerade einen älteren Herrn gefragt. Der meinte, im hinteren Teilbereich, auch wenn es von vorne so aussieht, sind auf jeden Fall meist ein paar Parkplätze frei. Auch werktags. Und genau. Also es gibt beide Möglichkeiten sozusagen. Direkt an der TH Nürnberg und auch ein bisschen entfernter. So, ich bin in der Jugendherberg angekommen. Und jetzt lese ich mal ganz kurz die ganzen Zutaten mit sozusagen, die wir mitbringen mussten. Mitzubringen sind steht in der E-Mail 15 Zeichenblätter, Format DIN A3. Leichter weißer Karton DIN A3. Ich habe übrigens, in unserem Schreibwaren handelt, habe ich übrigens keinen Karton DIN A3 gefunden. Ich habe was im Internet bestellt und da habe ich gleich 25 Blatt bekommen. Super. Dann verschiedene Bleistifte, hart und weich. Filzstifte, Verdiergummi, Schere, Klebestift, Kleber, Winkel, Lineal, Zirkel, Aquarell- oder Temperafarben und Pinsel. Dann zusätzlich für Bewerber mit einer Fotomappe, digitale Kamera, Laptop, ein DVD-Rolling. Wahrscheinlich, weil da die Bilder drauf gebannt werden natürlich. Ich schätze, das gilt dann auch für den Videobereich. Dann für den Videobereich auch noch Videokamera und Aufnahmematerial. Sollte mitgenommen werden. Videokamera und Aufnahmematerial. Sollte mitgenommen werden. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich mitgenommen habe. Ich habe übrigens jetzt auf die andere Kamera geswitcht. Ich hoffe, dass es passend. Ja, schauen wir uns einfach mal an, was ich mitgenommen habe. Ich habe, glaube ich, viel zu viel mitgenommen, aber lieber zu viel dabei und vielleicht auch was im Auto dann verstaut und später angreifbar, als dass mir dann am Ende irgendwas fehlt. So, dann zeige ich euch mal, was ich hier mitgenommen habe. Ich habe unter anderem... Ich habe, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bin nicht der beste Zeichner, aber ich kann euch ja mal zeigen, was ich da so reingebracht habe. Und man sollte übrigens auch nicht so viel dazu schreiben. Habe ich gemacht. Naja, auf jeden Fall, es ging wirklich um die Originalität und um die Idee, die dahinter steckt. Und dass man das durch die Bilder auch irgendwie erkennt und das erkenntlich gemacht wird. Bevor man dann zum Zeichnen kam, also vom Storyboard, man hat die Aufgabe bekommen, aber man konnte noch nicht direkt loslegen. Man konnte sich vorher noch ein paar Gedanken machen. Man konnte mit den Studenten dort schon reden, mit den Erstsemestern. Es gab wirklich leckere Häppchen und sowas. Vielen Dank dafür nochmal. Und konnte sich auch mit den Erstsemestern unterhalten, über zum Beispiel den Dienstag oder um das generelle Bewertungssystem. Zum generellen Bewertungssystem, man bekommt eine bestimmte Punktzahl auf seine Mappe, auf die Mappe, die man eingereicht hat. Und diese Punktzahl zählt auch beim Eignungstest noch mit dazu. Und wenn man dann gesamt eine bestimmte Punktzahl überschritten hat, dann ist man drin. Also da gibt es keine bestimmte Quote oder sowas, sondern einfach, wenn man diese Punktzahl überschritten hat, dann ist man drin. Außerdem zählt anscheinend dieses persönliche Gespräch, das man dann am Dienstag hat, also am zweiten Eignungsprüfungstag, am Ende sozusagen von der ganzen Schose. Es zählt dann anscheinend nicht mehr mit in diesen Punktebestand. Dann habe ich natürlich noch mit einem Studenten darüber geredet, wie sie das mit dem Film gemacht haben. Also, weil am zweiten Tag ist ja eine Filmprüfung sozusagen. Man soll innerhalb von wenigen Stunden einen Film produzieren und schneiden. Das ist wirklich eine harte Challenge. Und die haben gesagt, man soll nicht wirklich auf besonderes Colorgrading oder sowas achten. Also, direct out of camera sozusagen soll man das Ganze nehmen. Und möglichst auch chronologisch drehen, dass man später am Schnitt dann nicht mehr so den großen Aufwand hat. Und das Ganze dann auch auf einen USB-Stick speichern. Deswegen habe ich mir jetzt auch noch einen USB-Stick gekauft, einen USB 3.0, damit das Ganze vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Also, falls das mit der DVD zeitlich nicht mehr hinhaut, weil ich habe ja extra so ein schönes Colorgrad gemacht, wollte ich eigentlich schon abgeben. Falls das nicht mehr hinhaut, dann kann ich einfach schnell auf den USB-Stick ziehen und ihm abgeben. Den bekommt man anscheinend dann auch nicht mehr so schnell zurück. Anscheinend dauert es dann über vier Jahre oder sowas, dass man ihn wieder zurückkriegt. Naja, wer weiß, aber vielleicht kriegen wir ihn auch gar nicht mehr zurück. Auf jeden Fall habe ich da einfach einen billigen 8-Euro-Stick beim Media Markt heute noch gekauft. Für mit 16 GB, glaube ich. Ich glaube, was kleines gab es nicht. Aber USB 3.0 war mir wichtig, genau, dass es schnell geht. Das Rendering kann ja auch noch einige Zeit brauchen und deswegen sollte man das Ganze auch ein bisschen bedenken. Genau. Und sie hatten wohl auch Hilfe von ein paar Freunden in Sachen Schauspielerei und sowas. Also, das vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht ein paar Leute auf Abruf hat. Ja, und danach konnte man, also danach ging es dann weiter. Das war dann um 14.15 Uhr, war dann die Pause zu Ende. Und dann konnte man dann zeichnen, sein Storyboard, sein Storyboard zu Ende bringen. Und dann konnte man, sobald man fertig war, auch gehen. Also, offizielles Ende war, glaube ich, 17 Uhr oder 17.15 Uhr, irgendwie sowas. Also, man war frei, wenn man fertig war. Genau, das waren meine ersten Erkenntnisse so zu diesem heutigen Tag. Jetzt bin ich gespannt auf die morgige Prüfung. Man soll innerhalb von wenigen Stunden einen Film produzieren. Oder man soll innerhalb von wenigen Stunden eine Illustration fertig bringen. Ich kann mal gerade schauen. Jetzt bin ich gespannt auf morgen und ich wollte nochmal das Mikrofon hier testen. Deswegen habe ich gleich diesen Vlog nochmal gestartet. Und ich schaue jetzt ganz kurz nochmal auf den Terminplan von morgen. Dann kann ich euch vielleicht noch ein bisschen was zu morgen erzählen. Genau, morgen geht es wohl um 8.30 Uhr für die Filmleute los. Die sind in einem anderen Raum als die Zeichner und als die Fotografen. Und da bekommen die wohl ihre Themen. Und dann geht es eigentlich schon los. Man kann produzieren, man kann anscheinend auch rausgehen. und draußen rum filmen und wie gesagt ein paar Leute im Petto haben, die man anrufen kann oder so, die dann schon auf Abruf bereitstehen. Dann hat man von 8.30 Uhr bis 12 Uhr ungefähr Zeit, das Ganze zu filmen. Und dann hat man nur noch eine Stunde, um das Ganze zu schneiden. Man kann auch vorher schon anfangen zu schneiden, je nachdem, wie man halt fertig wird. Deswegen werde ich morgen schauen, dass ich früher schon fertig werde, dass ich direkt loslegen kann und schneiden, dass ich am Ende keinen Zeitdruck habe. Danach stehen dann noch Abschlussgespräche mit den Professoren an. Also wie gesagt, anscheinend soll das nicht in die Punktzahl oder in die Punktwertung mit reinfallen. Aber das ist dann wohl so um 13 Uhr angesagt, dieses Abschlussgespräch. Und da muss man natürlich das ganze Filmequipment mitnehmen. Und ich, da ich nicht zeichne oder sowas, werde ich das dann im Auto lassen und auf Abruf eventuell. Vielleicht kann ich mal das ja irgendwie gebrauchen beim Film. Weiß man ja nicht. Genau. Und ansonsten für die Zeichner, die haben auch Start um 8.30 Uhr in einem anderen Zimmer. Und die haben von 12.00 bis 13.00 Uhr Mittagspause und dürfen von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr zeichnen. Genau. Soweit von diesem Tag. Und jetzt bin ich gespannt auf morgen. Und ich checke jetzt auch nochmal die Kamera, ob das jetzt alles schon aufgenommen hat. Und dann hoffe ich, dass alles klar geht. Mein Laptop auch schon funktioniert morgen. Und dass alles wirklich fix geht, dass ich schnell und gut fertig werde. So, jetzt ist es 6.00 Uhr früh oder ne, Viertel nach 6.00 Uhr glaube ich mittlerweile jetzt. Und jetzt werde ich es dann ein wenig packen und den Film heute noch drehen. Also erstmal ein Checkout und ein Spaket mitnehmen. Ein bisschen das Frühstück schmucken lassen. Und dann geht es los mit dem Film. Vor 7.00 Uhr ist übrigens sehr angenehm zu fahren hier in Nürnberg. Also der Kleid ist meine Fahne. Beziehungsweise ich kann für Montags und Dienstag spielen. So, es ist richtig sonnig und ich melde mich mal wieder aus dem Auto. Ich glaube, ich fühle mich einfach am wohlsten. Kurzer Zwischenbericht zu heute. Also Dienstag. Es ging um 8.30 Uhr, war Treffpunkt offizieller in der Hochschule. Um 8.45 Uhr ungefähr haben sie dann Themen rausgegeben. Da wurde ich dann schon ein bisschen nervös. Oder beziehungsweise kurz nach 8.30 Uhr glaube ich war es. Es hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert, wegen Anwesenheitskontrolle und sowas. Und dann hatten wir bis um 12 Uhr Zeit, alle Szenen zu drehen. Also für die, die Film machen. Dann konnte er natürlich auch Foto oder Illustration wählen. Für die kann ich jetzt allerdings nicht sprechen, weil ich jetzt den Film genommen habe. Das waren noch mit mir vier andere, glaube ich. Der andere ist auch sehr gut durchgekommen mit seinem Film. Also der hat, glaube ich, um halb Elftes Schneiden angefangen von seinem Material. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, um 11 Uhr anzufangen mit Material Schnitt und habe um halb zwölf, glaube ich, oder viertel nach elf, irgendwie sowas um den Dreh angefangen zu schneiden. Und bin dann in den letzten Minuten fertig geworden. Und er hat auch, der andere hat auch noch gerechnet, also der gerendert sozusagen. Und das Ganze auf DVD oder USB-Stick dann gezogen. Genau, also es ging dann viel Color Grading oder sowas, konnte man nicht mehr machen. Also das hat bei mir zumindest nicht mehr in die Zeit gepasst. Ich habe noch ein paar Sounds drunter gelegt, aber mehr auch nicht. Dann habe ich, ich habe nicht chronologisch gedreht, war meinerseits, glaube ich, jetzt kein Fehler. Aber wenn man sagt, man hat eh Zeitdruck, ist es natürlich schlauer, wenn man gleich chronologisch dreht. Klar, richtig. Dann konnte man bis um 13 Uhr eben noch schneiden und musste es dann abgeben. Das Abgeben war dann direkt bei dem Professor, mit dem man dann im Nachhinein noch das Gespräch hatte. Gespräch gab es dann für Leute von Film, Illustrationen und Fotografie extra. Da hat der Professor dann mich einfach gefragt, ja, ein bisschen den Kurzfilm angeschaut, wie es denn so war, wie ich die Aufgaben fand, ob ich zufrieden war. Und ob ich zum Beispiel noch Alternativen zu dieser Hochschule hätte. Und genau, ja, das waren so ungefähr die Themen heute. Danach war es beendet. Danach war es frei. Ja, genau. Und Thema vom Kurzfilm war übrigens eine kleine Heldenreise. Genau, und dann gab es noch das Innere vom Äußeren irgendwie für Fotografie, soweit ich weiß. Illustrationen weiß ich leider nicht. Ich kann euch das später nochmal genauer sagen. Soweit zu diesem heutigen Dienstag. Musik 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 Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, muss ich ehrlich sagen, aber für die wenige Zeit und wir hatten eine ganz kleine Schauspielerin dabei, keine Sorge, die Kleine war die ganze Zeit in Sicherheit. Die Eltern waren ganz in der Nähe immer und sind sehr gut versteckt und eine Sache mache ich auch noch von zu Hause, ich wollte euch noch meine Mappe zeigen. Ich habe noch keine Rückmeldung von wegen, welche Note oder wie viele Punkte das hatte, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie meine Mappe ausgesehen hat. Zwei, drei Bilder muss ich weglassen, weil die FSK 18 sind. So, das war meine Mappe, eine DIN A4 Mappe und die zeige ich euch jetzt mal. Man soll ja mit dem beginnen, was man persönlich am besten findet oder was am meisten Mühe gekostet hat, also das Beste sozusagen, mit dem soll man beginnen. Ich habe jetzt hier mit vier Beschreibungen von vier Clips, die auf den folgenden beiden DVDs drauf sind, drauf gespeichert sind. Das sind Daten-DVDs und da sind jeweils dann, glaube ich, zwei Clips drauf und hier habe ich ungefähr beschrieben, was ich gemacht habe, also meinen Anteil und was andere gemacht haben, die auch an diesen Projekten beteiligt waren. Genau, das habe ich auf einen schwarzen DIN A4 Karton mit so CD Tapes gemacht, also das sind so spezielle Etiketten, dass die Daten-DVDs halten, genau. Dann musste man eine Arbeitsprobenklausel, die wird vorgegeben, von denen einfach da auch mal informieren, dass man alles selbst angefertigt hat und das dann entsprechend eingegeben hat, wenn man etwas nicht eigenständig gemacht hat. So, und jetzt überspringen wir noch einen organisatorischen Part, im Moment, um sich auch wieder umdrehen. Genau, da es folgt ein ganzer Packen von Angaben, das findet man Online-Unterlagen sozusagen, dass man sich dort bewirbt und für was man sich dort bewirbt und sowas, wie man Name, Adresse und alles angeben muss auch und Unterschrift, glaube ich, auch nochmal und ankreuzeln muss und sowas. Genau, und dann geht es schon los. Dann habe ich meine Bilder habe ich bei einem Fotolabor drucken lassen, also etwas besser Qualität und dann auf DIN A4 Karton aufgeklebt. Genau, das war jetzt aus einer Event-Reportage sozusagen. Ich habe für mich, das soll man eigentlich nicht machen, aber ich habe für mich immer hier drauf geschrieben, was vorne der Inhalt war oder was dahinter gesteckt hat. Genau, hier war es jetzt eine Art Event-Reportage, beziehungsweise Reportage-Serie, wo die Aufgabe, es war in meinem ursprünglich eine Bewerbungsaufgabe einer anderen Uni, wo es darum ging, eine ehrenamtlich arbeitende Person festzuhalten in ihrem Arbeitsalltag mit Gefühlen, Emotionen und so weiter und so fort. Genau, dann haben wir hier ein Beauty. Die Gedanken sind bunt, habe ich es genannt. Ja. Dann hätten wir hier noch ein Model-Bild oder ein Fashion-Bild. So, und jetzt muss ich kurz Break machen, weil jetzt muss ich stoppen im FSK 18 und so. So, dann habe ich hier noch ein Foto mit einem Model-Bild. Augenblick und Sehnsucht habe ich das Bild genannt. Ja. Dann geht es hier noch weiter. Oh, das ist spannend. Das ist eigentlich lustig dann auch so. Das war bei Delo Bygert Film, einer Praktikumsfirma von mir, war das eine Aufgabe, die ich bekommen habe, nämlich einen Apfel oder einen Tomate, glaube ich, war es damals, mit Emotion auszuleuchten oder beziehungsweise mit, in einer bestimmten Situation auszuleuchten, mit einem einheitlichen Hintergrund und nur einem Licht. Genau, also bei mir ging es um Alleinstehend und Berühmtheit. Ursprünglich war es mal Alleinstehend, glaube ich. Genau, und hier haben wir noch die verliebte Tomate. Genau, dann haben wir noch etwas aus einem anderen Blickwinkel. Das hat irgendwas UFO-artiges für mich gehabt und war eigentlich ein Schnappschutz, sagen wir es mal ehrlich. Aber, naja, ich fand es sehr cool und ist super rausgekommen. Sah aus wie ein UFO oder so ein, ja, hat gute Schockdrücke für mich. Dann haben wir noch hier, auch wieder mit dem Model von vorhin, mit der Lily, auch noch ein, ja, sollte ein bisschen mehr Geschichte sein, ein bisschen mehr Geschichte vermitteln. Dieses Bild hieß Waiting, also beachtens. Genau, und jetzt muss ich wieder eins übersprechen. Ach, und ich sehe schon, das war's. Genau, das war meine Mappe. Ich kann euch leider noch keine Punktzahl oder sowas nennen. Ich weiß auch nicht, ob ich die gesagt bekomme, aber das jetzt einfach mal so vorweg. Wenn einer von euch das Illustratoren-Thema weiß, kann es gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr weitere Fragen zu dem ganzen Thema habt, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, der Einblick, dann lasst mir ein Like nach oben da oder einen Daumen nach oben, besser gesagt. Und abonniert gerne auch den Kanal. Ihr findet bei mir auch weitere Videos und Hinweise und Tipps und Tricks rund um Video und Film. Vielleicht ist da auch das eine oder andere für den ein oder anderen dabei. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Deine